dann gehen wir mal rein dann gehen wir mal rein ob wir ein walkout ziehen 1 in den chat das wäre schon weg dann gehen wir rein ins erste pack ach komm was soll ich denn mit einem koatis was soll ich mit dem nacello so jetzt kommt der zweite kommt den walkout komm bruder ey was soll denn das was sind das für packs das sind ja mal ein paar packs alter ich hau mich weg da waren die scheiße ganz wichtig was ist das oh mein gott ich ziehe in adwords ich ziehe in adwords ey wie krass wir ziehen in adwords oh mein gott und dann auch noch 3 geht wir ziehen ein zum black friday wir ziehen memphis die pol jawohl dann bräuchten wir den nicht mehr kaufen perfekt was sagst du kommt ein walkout raus ok ich öffne believe du musst belieben ganz toll wer weiß was da raus kam ein tafelspieler ok nein kalli was sagst du welche wen ziehen wir aus den beiden playerpicks messi nein 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 kante messi wär schön wär richtig geil okay ja okay mhm hm 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 mmh das war nie brrr jahr jetzt Nein, kam nicht, leider nein, leider nein, schade, ok, walkout, nein, 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 warum denn den, Stündel, Junge, Stündel, Stündel, so, jetzt was von der Karte, so, ja, 88 plus, ok, nimmt man mit, den nimmt man mit, schönes Fänzchen noch, jawoll, pass auf, 100 Kaffeeck hat endlich mal wieder gesungen, was dahinter, ja, manu, ja, manu, komm, ok, nein, jawoll, Carly, Carly, wo bist du, Carly, coming, I'm coming, Ja, was mit der Junge, alter, 100 Kaffeeck, Nein, 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 Food Hero, ok, gut, 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 ich mach eh noch die Schmutzpacks auf, meine Prediction war Solskjaer, Carly, ich lass mich überraschen, ich lass mich überraschen, ich hab gar nicht gewettet eigentlich, so, bin gespannt, kann ich aufmachen? 3, 2, 1, 3, 1, Aber komm, hey, SR gehört zu England, ich nehm ihn in mein Team auf. Du meinst wirklich 85 plus soll ich reingehen? Genau. Kann ich auch machen? Ja, Carly, wenn du es sagst, da muss was kommen. Ja, ich bin drauf. Kann ich? Und wir gehen rein. Da zieh ich bestimmt nen Banger. Kali, wollen wir Chat Pack machen? Ja. Ok. Kali Chat Pack? Ja, ok, ok. Gut. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Warte mal. Mein Fernseh muss ich ausmachen, ne? Ah ne, ich guck da nicht hin. Ich guck weg und R3. Ja, ich guck weg. Ich seh nichts. Warte, ich öffne. Äh. Äh. Kali hab jetzt R3. Ich guck nicht hin. Kann ich gucken, Kali? Gosen. Ja, ja. Gosen. Ja, ja. Nein, jetzt kommt das andere. Äh. Warte. Party. Nein. Ach dix. Ah. 12 selten. Ne. 3 selten. Na, super. Ah, kam nichts raus. Nichts. Schmutz. Ach. Ah. Ach. So, war auf jeden Fall ein nicer Stream. Ähm, Dienstag, später wieder die Playoffs. Ja, heute war eine gute Ausbeute, Playoffs, naja, hätte besser sein können eigentlich. Und ja, wieder neue Follower dazugekommen, und ja, wieder schauen und reingehauen meine Freunde. Ja, wiederholt. Ja, wiederholt. Ja, wiederholt. Ja, wiederholt. Ja, wiederholt.